Serienmäßig befindet sich im neuen Espas neben dem Bordwerkzeugsatz ein Reifenreparaturset. Der Bordwerkzeugsatz befindet sich unter der zweiten Sitzreihe rechts im Fußraum. Ein Wagenheber ist nicht vorhanden. Optional kann das Fahrzeug mit einem Notlaufrad ausgestattet sein. Dieses befindet sich dann am Fahrzeugunterboden. Um das Notlaufrad aus der Halterung zu nehmen, ist der Gepäckraumboden zu öffnen und der Bose-Verstacker auszubauen. Dazu sind die drei Befestigungsschrauben des Verstärkers herauszudrehen und der Verstärker ist zur Seite zu legen. Jetzt ist das Halteseil abzurollen, hierzu ist ausschließlich der Radschlüssel zu verwenden. Nun ist das abgelassene Rad unter dem Fahrzeug hervorzuziehen und die Halterung wie gezeigt durch die Felge hindurchzuführen. Der Fahrgastraum-Sicherungskasten befindet sich fahrerseitig hinter dem Armaturenbrett. Nach dem Abnehmen der Abdeckung sind die Sicherungen frei zugänglich. Der Fahrgastraum-SHクsten trabalho und Radschlüssel zu verbeten. Vielen Dank.